ARD Text im Auftrag von Funk 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 Super Mario Land so geil das Spiel, man Thank you Luigi, but our castle is another castle Das sind zwei, ich weiß gar nicht ob bei World 3 dann drei Toads rauskommen Ja, da kommen drei Toads raus Das ist ja gay Und bei 8, 8? Ach ne, ja doch, bei 8, 8, oder? Ne, bei 8 kommt die Punze Ja, 8 war's, und bei 7, 7, oder? Das ist ja schwul, Mensch, wie viele Toads, die müssen mich mal erst mal ein bisschen... Ach, du bist doch so... Da rutscht einfach weiter, der Wichser! Ja Oh, guck mal, verdrehte Zahlen, du bist bei 1, 3 und ich bin bei 3, 1 Kai, willst du für mich weiterspielen? Niemals Ne Aber es ist ganz unauffällig, dass keiner mitkriegt Du spielst jetzt einfach, nimmst jetzt auf Es ist ganz unauffällig bei 1, 3 Dann schneide ich das ganz zufälligerweise zusammen Ne, 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 das machst du... lol Ich hab jetzt, äh, nur zufällig auf Not runtergedrückt Naja, besser für mich und schlechter für dich Uh, Demi hat was neues gefunden, was er noch nicht kannte Das, das wusste ich, aber ich hab das schon lange vergessen Ich wusste es, aber hab schon lange vergessen Welch ein sinnvoller Satz Oh, jetzt macht er einen auf den Ich wollte mein Gesicht sehen Ja, guck in den Spiegel Wo er in die Zeitung bei den Todesanzeigen Was bist du von mir? No, weil du schlecht bei Mario bist Ich bin nicht schlecht, ich bin nur besser als du Ja Wer ist jetzt bei 3, 1 und wer nicht? Ja, du nicht Wer hat keinen 0,7 angeheuert und wer nicht? Ich hab ihn nicht angeheuert Das wär echt der werbe nicht bei Kai ankommen würde Das wär echt der werbe nicht wenn ich bei Kai ankommen würde Jetzt ging die Klappen Ah, blablabla, blablabla, blablabla Was sind mal für Geräusche von dir tipps, ne, ist er echt... Ne, fällt fast... Ey, das klappt sogar, das ist das erste Mal, dass das klappt ich hatte es zum ersten mal geschafft diesen unendlich von abtrick bei 31 nutzen geradeaus nutzen so lange aus wie es geht ich bin mir nicht sicher aber ich glaube du gehst dann total gemover ich habe gerade aufgehört wenn du mehr als 100 leben hast dann irgendwann gehst du gerne so dem over da steht ein time up und dann musst du ganz von neu anfangen aber ich bin mir nicht sicher ich will erst mal gucken wie viel leben ich hab ne du hast erst zwei und ich hab bestimmt schon 30 vielleicht ging der trick leicht bei SNES version komischerweise ja auf anhieb nach ne weil ich spiel das ja gerade zum ersten mal die SNES so weit ich spiel die hab die sonst immer bis 1 viel gespielt und dann hab ich ausgemacht weil bei SNES habe ich bei bald 8 so viel gesafestatet und sogar mit denen konnte ich das spiel knapp durchspielen erst wer ist denn gerade aufgehört 51 ja kannst du ruhig ein paar mal sterben ich kann gar nicht mehr gegen over gehen kannst du ruhig ein paar mal sterben hab ich nicht gegeben na und sterbe ich halt ein paar mal son of a bitch da oben ist ein Stern drinnen aber ich nehm den nicht weil ich erstmal abbrecken will ich will meine 50 leben verbrauchen die der ja da oben würde die gut gemacht mann das ist aber wohl ich gar nicht drücke wieder bei 1 1 ich erlaube dir wo so und zu 2 benutzen ok aber dann nutze alle nutze alle worps und selbst dann wird es ein bisschen neuerpflichtig sein und von 2 benutzen 2 2 das erlaub ich ihm jetzt okay danke aber erstmal muss ich hinkommen ja das ist auch jetzt wieder so eine frage wie in will er hinkommen ohne zu sterben genau ist ein pilz ist mein scheidenpilz genau ist das das ist stell dir vor es gibt leute die spielen das spiel in fünf minuten durch wof ja habe ich schon mal wieder ich bin froh wenn ich fünf minuten lang nicht sterbe ich bin schon froh wenn ich fünf minuten lang nicht sterbe aber das wird ja nie passieren in fünf minuten wirklich verarschen ach fünf minuten ich glaube acht minuten ungefähr so ja eins von beiden aber das ist nicht so leicht das ist so leicht und wieso ich meine bis zu welt 8 zu kommen ist so einfach so easy ich will Feuerwerk kriegst kein Feuerwerk wetten siehst du ich hab gewonnen ich weiß und Feuerwerk kommt wann wenn in der zeit zum beispiel nein, 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 blalalala 11 oder 66 ok ich hab's gehört mit der zeit musst du halt die fahne berühren dann was hast du gesagt? weiß ich gar nicht wenn der 11, 22 oder 33 steht 11 bist du bö ja, warte mal naja, dann ich lass dich mal machen aber das, was Dennis gerade gesagt hat wollte ich nur noch sagen, dass das nicht so ganz korrekt war spring doch, man du musst auf die Springtasse drücken wenn du den anbrüllst und sagst spring dann würde du nicht springt auf die Tasse drückst warum nicht? das müsste es aber sein dann mag ich es SPRING wenn das spiel das macht, dann mag ich es es ruht ich hab noch 48 Leben, also ich hab Zeit ich hab Zeit ok die, ja, perfekt, jetzt krieg ich schon mal ab du bist ein Wichser, man als ob du nicht genug Leben hättest, man man, ich muss nicht fahren die One Ups, ich krieg 3 uh, geil ne pass auf ich krieg jetzt 3 Feuerwerk, wollte ich denn sagen ich spare die One Ups damit ich die dann in Geld einlösen kann jetzt ich hab 3 bekommen war hinten in der Zeit 3 Stand müh war da in 53 Stand hä? MAAAAN SPRING Lauf doch! Lauf! ich stell mir das grad vor wie Halt Deutschland vorm Fernsehsitz SPRING Lauf! STIRB! ich bin tot 3 3 oh, ich bin doch so schnell und soweit darf ich nicht die Wolfsland zu Welt 4? bringt mir eh nichts ne, World 3 äh, Welt 3 weil ich grad Welt 3 bin, deswegen ey Kai, ist Dimi nicht nett zu mir? ich weiß es nicht, ich denke nicht ey, ey ich bin sogar nett guck mal, wir hatten in der Regel aufgestellt dass wir keine Wolfsland benutzen ich bin sogar so nett und lasse dich benutzen ja ist schon da an den Gedanken gedacht an den Gedanken gedacht ja ja man es ist halt so ein Logikfehler ich krieg jetzt Feuerwerk, weil du hattest für 2 ein Arschloch Mario verarscht mich Mario mag mich nicht BAM hallo, der, der bewegt sich, der Wichser hallo spaß hallo ich glaub ich zock wie O.W. wie O.W., Alter ja, es ist jetzt bis Level 20 kostenlos ist doch geil ah, siehst du, Mario hebt die Hand er stößt sich gar nicht in den Kopf, sondern in die Hand ich hab bloß den Knöcheln SPRING Lauf doch äh, äh das war schlecht gleich kommt davon nichts hier kommt nichts hier ist nichts doch, hier ist irgendwo was nein hier ist was, aber ich sag's nicht wo hier gibt's sogar 2 was was grad im Screen ist yeah, ein Applaus jetzt nur noch, ich jetzt nur noch was im Screen leider hat er es verpasst ey, manchmal bei der doi, bei der NES Version ist mir mal der 1UP immer über das Loch gesprungen, ne das ist irgendwie ist, äh, gemein wie kann so ein PIL